Oh, parkt man ein. okay okay und am wahl 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 Sonst noch ein Neue Video von Vietnam Oh hier in der Wand rutscht es die ganze Zeit Woa woo shit 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 Oh jetzt war I Ja da haben das ist eigentlich kein Roboter Ok, jetzt haben wir die Strecke rauf ungefähr. Ich bin mir dafür zu lassen ein bisschen Musik. Und zu lassen, dass ich in die Kommentare mich erinnere mich. Weil ich meine Wüste, ah ja. Fuck, Alter. Ok. Zum schwierigeren Mess. Aber im Anschluss ist er gewohnt. Ich probiere mal so ein leichter Mess und so. Ich bin mir das nicht mehr. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Wenn ich die Strecke wieder anstrengen. Oh, pack ich komm mit dieser Strecke. Ich bin kein A. 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 Okay. Sooo... Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Was mach ich denn? Was mach ich denn? Der war auch. Ah! Nein! Oh, verdammt ein Unfall von dem hier. Hahaha. I feel this way for you. I feel this way for you. Oha, das ist ein langes Wind. Find ich. What? What the fuck? Okay, wir schaffen es auf jeden Fall. Man kann es in dieser Zeit schaffen. Okay, ich muss noch was versuchen. Okay. Oh, das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Okay, das machen wir nicht mehr. Okay, das machen wir nicht mehr. Okay, das machen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Jawoll! Ist das so flach oder was? Ja, so tief. Oh, Scheiße. Ey. Ich bin auch wieder da. Fuck, lol. cool. Aw, also fesch. Die ist ähnlich. Aber die sind die Verpackungen nicht mehr. für eine für einen... für den cup Сп Debbie! Von Neon in Neon. Dasautre ist der mit der Schlachtstück weitermacht. тру unfauch für einen den cupackend sein. Bei mir, wenn euch das bewusst ist. direkt im fiat direkt im herzigen wir können es nicht alle wir können sie alle die es nicht alle wir können sie alle sehr wir können sie alle Wir sind alle alle Leute Okay, aber wir waren noch relativ gut für das lange Rennen, wir haben es halt nur einmal ins Ziel geschafft. Er fällt mir. 3, 2, 1. 2, 2, 1. 2, 3, 2, 3. Was ist das? WTF? Ich bin einfach da oben rumgefahren. Ich bin einfach da oben rumgefahren. Ich bin einfach da oben rumgefahren. Oh, auch der andere. Knapp so. Wir müssen mal Anlauf nehmen, glaube ich. Wir sind hier. Schon nicht da, oder? Ich weiß wirklich so. Scheiße, von mir. Nein, nein. Nein, nein. So, parkt man ein. Hier gibt's keinen Weg. Ich sag mal, ich hab mal die Eltern. Nein, ich hab mal ein. Wenn wir anfangen, gefällt mir eigentlich relativ gut, so ein bisschen geiler. Also das große Radisch ist irgendwie das. Jetzt kommt wieder ab. Das ist nicht so viel hier gemacht. Hier ist es tief aufgebaut und so. Und jetzt ist es größer hier halt. Kann man sich das hier lenken. Jawoll, oh. Boah, wir haben es einmal so. Boah, das ist ja voll kurz. Wie lange soll das noch gehen? Das ist ein normaler Rennen. Einfach nur Rennen, weil ich bin kein Fan von damals. Ich glaube, wir müssen das nochmal besser schaffen. Wir schaffen es nicht. 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 Normalerweise können nicht mehr als 100 Leute ins Lotto hier rein. Aber heute ist es 109. Natürlich ist es auch ein Ubisoft-Spiel. Obwohl es nicht so wie ein normales Ubisoft-Spiel aufgebaut ist. Oh. Yo. Das ist nicht so wie ein normales Ubisoft-Spiel aufgebaut ist. Sondern. Eher. Einfach Fun. Ohne jetzt. So fahrt man ein. So, guck. Oh Mann. Soll ich euch gerade einparken zeigen. Es gibt keine Punkte. Oder? Ist doch scheiße. Ich glaube, unter dem ersten Preis gibt es mal Punkte. Aber egal. Für alle war eigentlich echt gut eigentlich. I am that will think alive again. 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 Oder? Das ist ja nicht schonmal. Ok. Jetzt kommt ein Malme. Naja. Und? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich bin der Fall, 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 ich bin der Das ist ein ganz cooles Rundenrennen eigentlich, da geht es einfach nur um schnell zur Zeit zu kriegen Das ist eigentlich ein sehr schönes Rundenrennen Das ist 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 ein sehr schönes Rundenrennen Da ist ein bisschen mal Ruiz vor Immer anderer Ansicht Woohh Man kann uns ja auch in VR spielen Das sind auch ganz cool eigentlich Geh fast her! Ja, ist die Schütte im Aspekt, oder? Ich würde der Partier aufreden. Alter, kann ich ja nicht mehr, oder was? Juhuuu! Ich würde den Kugel nicht mehr an den Kugel. Ich würde es nicht mehr an den Kugel. Das ist ein Ruhiger. Aber das ist immer noch das beste Klingelton. Okay. Yeah. Aha. Let's gooo! No extension.